Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und es tut mir jetzt schon leid, dass ich ein bisschen komisch klinge. Ich klinge ein bisschen Daza, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, also bitte nicht wundern. Ja, Leute, diese Woche ist es schon soweit. Diese Woche am Freitag ist der 1. Dezember und somit können wir auch schon unser erstes Türchen öffnen. Dies könnt ihr auch hier auf YouTube tun, denn es gibt dieses Jahr wieder einen Star Stable Adventskalender. Aber nicht nur von mir, sondern auch von vielen verschiedenen anderen SSO-Creatoren. Denn wir haben uns zusammengesetzt und einen gemeinschaftlichen SSO-Adventskalender 2023 gemacht. Genau, jeden Tag findet ihr also ein anderes Türchen auf einem anderen Kanal von einem anderen Creator. Das erste Türchen findet ihr auf dem Kanal von Foxway. Dieser ist übrigens hier in der Videobeschreibung verlinkt. Und es wurde auch ein richtig, richtig schöner Trailer dazu gemacht zum SSO-Adventskalender. Und ich würde sagen, mehr gibt es von meiner Seite tatsächlich nicht zu sagen. Ich lasse jetzt mal den Trailer sprechen und ja, viel Spaß beim Trailer. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Also viel Spaß beim Adventskalender 2013, 2013, 2023, äh, Trailer. Jo, los geht's! Freunde von Star Stable, hört her, hört her. Ein Video-Adventskalender, bald ist er hier. Viele YouTuber, ein magischer Bund, täglich ein Türchen im Sternenverbund. Kurzgeschichten, Tipps und ein Lachen. Weihnachtszauber, kein Entkommen, kein Nachgeben. Von einem Creator zum nächsten, ein festlicher Segen. Star Stable und Weihnachten, im Herzen ein Segen. Euch erwartet ein bunter Mix von Pferden, Abenteuern und festlichem Glitz. Der Open Discord Server ruft, tretet ein, teilt die Freude, lastet Community fein. Adventsmagie, wir laden euch ein, zum Teil von Geschichten groß und klein. Auf dem Open Discord Server, voller Glanz und Licht, freuen wir uns auf euch im Sternengewicht. Hallo ihr Lieben, ich bin die Mira Panda-Steel und ich bin beim SSO Adventskalender 2023 auch dabei. Hi, mein Name ist Stella Moonlake und ich bin beim SSO Adventskalender 2023 mit dabei. Hi, hier ist Luciana und ich bin beim SSO Adventskalender 2023 dabei. Hey, ich bin Lina und ich bin beim Adventskalender 2023 mit dabei. Hey, ich bin Foxway und ich bin beim Winter SSO Adventskalender 2023 auch mit dabei. Jeden Tag ein neues Video bei einem neuen Creator, joint unbedingt den Discord Server, um nichts mehr zu verpassen. Auch mit dabei sind Tasty, Windprinzessin, Caroline Northope, Ida Daska, Arabella Softweb und Sepp. Wir sind gespannt, wie es wird.